Das Training war schon schlecht, einfach rhythmisch ab der siebten Hürde nicht mehr gut und dann reicht es halt einfach nicht. Aber ich bin zufrieden. Wir sehen, du bist vorne mitgelaufen, bis zu der letzten Hürde, dann könntest du die anderen noch eingeholt. Was war denn, dass du nicht mehr trockst, dass du einfach nicht mehr mögen hast, aber mit der Schriftkarte nicht mehr aufgaben? Ja, das ist eigentlich der Tiefelskreis. Wenn dir den Rhythmus nicht aufgeht oder wenn du den Schwung nicht mitnehmen kannst, dann brauchst du einfach zu viel Kraft. Und dann fehlt dir die Kraft, die du innen aus einfach mehr hast. Das Ziel war, dass es eigentlich die Zeit von 48 Sekunden ist. Hast du jetzt nicht geschafft? Ist das jetzt quasi ein Ziel nicht dafür? Oder bist du nicht auf gewisse Art zufrieden? Nein, ich bin schon zufrieden. Ich muss immer einordnen. Wenn jetzt der erste 47-9 gelaufen wäre, wäre ich sicher nicht zufrieden gewesen. Aber wenn die Siegerzeit vom Olympiasiege 48-7 ist, dann ist es schon nicht so schlecht. Und das musst du immer so ein bisschen einordnen. Und ja, ich bin gut gestartet. Und hinten raus ist es einfach nicht richtig aufgegangen. Und dann, ja, im Training machst du bis zur siebten, bis zur achten und hinten raus musst du es im Wettkampf holen. Musik everything fool knack j fr